Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Planet Centaurium mit den Karbin und äh, ja, wir haben uns in der letzten Runde, äh, ja, endlich mal eine bessere Rüstung gegönnt, also wir haben jetzt, äh, und, ach, ich bin jetzt hier kapiert, sortiert, ich hab endlich geschafft aufzuräumen. Ist das nicht krass? Ne, wir werden heute, äh, unsere Quest hier fertig machen, wir werden uns jetzt ein Gefängnis suchen, na toll. Äh, gut, das heißt, wir müssen wieder nach unten, wir werden wahrscheinlich tief nach unten gehen. Äh, aber wir sind diesmal besser dran, weil, äh, bessere Rüstung und so. Also, ab, jeder, da, Peter, geht nach unten, ich hab, äh, ja, ein wenig Bange. Obwohl, guck mal, wir sind jetzt hier mit Rüstung dran, er dürfte eigentlich ja noch schief gehen. Also dürfte, also müsste, also rein theoretisch. Gut. Nimm ich zurück, ich sterbe schon hier am Fallschaden. Ey, was ist denn da? Da ist doch was. Da ist doch was. Warte mal, das müssen wir uns mal angucken. Hallo. Ich finde kacke, dass, äh, äh, ja, das geht zwar schneller, aber so eine große Auswirkung hab ich daran nicht. Also heißt ja, ich baue hier Metall ab oder sonst wo. Äh, äh, ich würd das cooler finden, wenn du jetzt auch noch, äh, ein, zwei Blöcke mehr abbauen tust, so. Dit wär cool. Aber nee. Dit ist im Teil nicht. Juck, dit haben wir, äh, okay. Jo. Wat willst du machen? Man kann dit sich im Teil nicht aussuchen. Ne? So. Aber, guck mal, wir brauchen jetzt, äh, auf jeden Fall ein Gold am Boss. Und nächstes wäre dann, glaube ich, Diamant, wenn es sowas gibt. Für die nächste Werkbank. Also, wir haben da eh zwei Sachen zu tun. Sag mal, kann ich nicht schon wieder, äh, still? Na klar, da. Zack. Dit nächste. Ik hab dit gewusst. Ik hab dit gewusst. Ik hoffe, ik find dit. Knössle. Ik muss hier hier irgendwo sein. Hey, du Rob. So. Ik könnte... Ik könnte... Dat werd ik ook tun. Wir waren da nämlich noch nicht. Also, voraussetzig, komm da hin. Wir werden dat schon so machen, dass wir halt da hinkommen. So. Ik mach mal hier in Abfluss. Äh, da. Flup, flup, flup. Und flup, flup, flup. Achtung, da unten. It wird feucht. So. Jetzt haben wir uns wahrscheinlich da unten Weg zugemacht, aber das ist mir erst mal Wumpe. Halt nach und nach, wa? So, wat haben wir hier? Den hab ich noch nicht gehabt. Der ist neu. Ich lieb' den. Da, Sveida. Ik komme. Alter, dat ding is geil. Ik hab jetzt ne neue Lieblingsspeer. Äh, äh, Zauberstab. Ist dat ding krass? Leck's mich an der Koronis. Na? Achso, ik hab dat ja nie aktiviert. Hier, im das. Star Wars. Ik mach dich weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh. Oh, Alter. Sprungpassagen, dat is hier nou mein Ding. Boah, dat kannst du ja nie so springen. Dat is kacke. Wahrscheinlich je dat nur, du kannst dat nicht, Karbin. Ja, ja, is doch gut. So. Dat geht alles, wenn man will. Und, Karbin, willst du dat nicht? Dat hab ik nicht gesagt. Äh, hab ik schon gesagt, aber ik meint dat nicht so. So. Wo kommen wir denn da hin? Das hört sich irgendwie Musik. Bum, 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 bum. Na? Komm runter. Du sollst runterkommen. Ich muss doch hier irgendwo quasi eine Gefängniszentrale liegen. So. Auf jeden Fall, hier waren wir noch nicht. Dafür ist hier viel zu viel Metall. Und so. Na? Ach, das sind zwei. Ineinander gewesen. Hab ik gar nie gesehen. War ja ineinander. Äh. Da hab ik aber Schwein. Immun. Ich brauch so ein Stein-Dings. Hab ik aber nicht. Also geht das nicht. Ah, hier waren wir schon. Da ist nämlich ne Fackel. Alter, dat ding ist geil. Wow. Äh. So. Hm. Ich glaub, wir sind da oben lang gegangen. Oder auch nicht. Ups. Upsi. Er deckt schon schon, mit so einem Wind daneben zu schießen. Das ist schon krass. Das war perfekt. Das war so, wie ihr wollt. Das einzige Schöne ist, dass das doch ziemlich schnell jetzt geht. Aber wie gesagt, so. Hey! Das war mein Stahl. Da macht's nen Abgang. Punkt. Ich spiel mal hinterher. So. Da. Da ist, äh. Äh. Ihr wisst schon. Kristall. Dings hier. Ich komm jetzt nicht auf den Arm. Hier löscht. Kaum. Brauchert nicht mehr. Wies dann nicht mehr, wie das heißt. Wir werden sehen. Da ist so ja ziemlich viel. Weil da ist nämlich auch noch was. So. Amethyst, Mensch. Die konnte ich das vergessen. So. Da ist noch mehr Amethyst. Wenn wir das umsonst kriegen, alles gut. So. Ich würd mal sagen, wir gehen hier erstmal nach oben. Ich halte das für ne gute Idee. Also vorausseht, sie kommen da hoch. Alter, Punkte. Hey, warte mal. Ist da raus? Das Schöne ist, das Ding nimmt ja nicht so viel Energie. Nur mal so nebenbei. Das kann ich ehens wie mal nutzen. Sag mal, das ist doch nicht original so. Das könnte durchaus sein, dass wir hier doch nicht mehr haben. Okay, ich nehme zurück. Äh, Blue, 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 brauche ich nicht. Das ist Blue. Da, das könnte doch, das könnte doch durchaus nicht mehr sein. Aber erst mal hier Eisen. Und ich muss die Kiste mitnehmen. Das ist doch ein Knast, ist das da. So. Ich würd sagen, das ist ein Knast. Ich würd sagen, wir haben ihn gefunden. Also, ich hoffe es. Sag mal, wenn ich jetzt, äh, diese Steinmaps oder so weitermache, ich gehe ja danach weiter. Haben wir das überhaupt? Nee, wir haben das noch ja nicht richtig geschafft durch, wa? Also, wir haben den ersten Boss, aber was danach kommen tut? Oh. Ich küsse das ja nicht mehr. Ich muss nämlich sagen, das ist schon ins Vitaria. Oh, Alter, geh mal hier. Ich komm da nicht ran. Ich brauch 600 Seelen. Moment mal. Alter, kein Problem. Das ist so machbar. Oh, Alter, und da ist auch noch was. Ach so, ich komm da ja nicht hin. Stimmt ja, ich kann ja da keine Steine kaputt machen. Das wird nicht reichen. Aber wir machen da drinnen kurz die Quest, äh, das sind ja auch die Inzweepunkte, ne? Den müsstet vielleicht reichen. Verdammt nochmal. Ich wurde gejiftet. So. Äh, äh, und los. Gib's mir. Also, also dazu müssen wir erst mal runterkommen. Alter. Krass. Aber das dauert zu lange. Also, wenn ich es bin. Komm, Mutter. Mensch. Ich hab doch nicht so viele Zeit. Stimmt. Ich darf nicht springen. Na, das ist nisch für mich. Ich darf doch nicht springen. Und komischerweise, wenn ich den auf den Sack kriege, fängt er an zu springen. Seht ihr? Das ist nämlich ein Problem. Hä? Aber ich kann das doch nicht halt außer Entfernung machen. Also kann ich schon. Da, zack. Arsch. Wisst ihr was? Ich komm hier nicht aus. Ich komm, also, hab ich kein Schwein. Gut, äh, ich moge mir so die Punkte zusammen. Es fehlt ja nicht mehr, Fäller. Ja, das ist ja blöd. Gib mal, das ist, also, ich find das nicht, dass es so original ist. Also, so schön original. So, warte mal, ich muss aber hier runter. Ich muss noch eh ein, zwei Viecher wegmachen. Komm. Ich mach dich weg. Und, ab nach oben. Äh, ich, ja, ihr schafft. So. Du bist mir... Hä? 666, ich, Idiot. Reicht noch nicht. Ein bisschen braucht man noch. Hey. Hallo. Ich brauch dich doch. Da sind ein paar. Komm her. Äh. Ja, so. Und nie anders. Ups. Äh. 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 Ich sollte bei sowas ein bisschen vorsichtig sein. Wegen Lebensenergie. Ich treffe mich. Ich kann's. Äh, ich kann's mir holen. Alter, und wehe, das hat sich nie gelohnt. Aber geht mal die Spawnerfälle zu schnell. Pass auf, jetzt komm ich da hoch und tot. Wir haben zwei Stäbe hier drinnen. Das ist ja... Wow. Wahrscheinlich hab ich die schon. Das ist ja... Ich probier das trotzdem mal aus. Aber guck mal, wir haben ja den schon in... selten. Na, so. Äh. Du blöde Misty. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ah, das ist unser hier... Unser Maschinengewehr. Krass. Das kann ich jetzt nicht nehmen, weil... Ich habe keinen Zaubertrag. Äh, und wehe, du Vieh, du kommst jetzt nochmal. Gut. Boah, Alter, so kannst du dich nicht nehmen. Dann musst du extra runter. Achso, und das ist unser Flummi. Gut, ich bleib aber bei meinem Leser. Ich mag den mehr. Der ist cooler. Hallo. Oh, Alter, durch das, äh, durch ein, etwas neuere Spiel, weil die gerade zur Zeit spiele, ist die Steuerung total verstellt. Sag mal, kann ich jetzt die Kiste mitnehmen? Die ist ja jetzt leer. Ist die größer? Ich glaube, wie vieler draußen sind. Hey, komm mal! Entschuldigung. Das muss sein. Entschuldigung. Immer, wenn ich große Waffen in der Hand habe, oder? So. Was geil wäre, wer jetzt noch so eine Waffe, wo ich sowas abbauen könnte. Das wäre geil. Ich mach mal, Habicke. Nimm das! Die saugt mich schon wieder verheiftet. Ich bräuchte nebenbei auch ein-, zweimal Lebensenergie. Das wäre vielleicht ja nicht mal so schlecht. So. Regeneriere er sich. Ich glaube, das brauche ich. Naja. Nicht alle war groß, ist das Jutkabin. Oh, doch. So. Aber ging so eine Viecher? Äh. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich mit meinen schönen Leser hier. Das hat nicht funktioniert. Äh. Jut. Wir waren letztes Mal da. Wir müssen ja so oder so runter. Och, das ist doch kacke. Alter, jetzt waren wir schon Wille unten. Sind Wille gestorben, aber Knast? Nö. Das kann doch nie so. Also, letztes Mal haben wir doch drei Stück gleich auf jeden Schlag gefunden. Ohne Probleme. Und jetzt finden wir nicht mal einen, oder wat? Da ist es mich doch. Auf mir. Oh, Alter. Das ist eine geile Lichter schon. Hä? Da. Ich treff den. Also. Oh, no. Dann ist das, äh. Ach, das ist doch die falsche. Dann nehmen wir wieder unsere alte Knarre hier. Nimmt zwar Fälle, äh, aber irgendwie trifft die besser. Weil ihr habt das jetzt selbst gesehen. Also, ich hätte eigentlich treffen müssen, aber er wollte nicht. Er wollte einfach nicht. Oh, ja. Gut. Eigentlich hatte ich mir vorher gehabt, äh, den Knast, diese Feuer hier zu finden. Achtung. Das sieht bis jetzt nicht so gut aus. Komm, wir fräsen uns einfach mal hier durch. Das kann ja nie wahr sein. Wenn du nicht danach suchen tust, äh, so ist es doch immer. Wenn du was suchen tust, findest du nicht. Und wenn du nicht danach suchen tust, stolperst du drüber. Immer dieselbe Geschichte. Oh, ja. Das muss so. Ich muss hier durch. Geh mal weg. Naja, zum Glück dauert das jetzt nicht mehr, äh, bei Steinen so lange. Das mach ich nämlich jetzt auch ziemlich schnell weg. So. Gabi, mach den Weg frei. So, wo kommen wir denn da oben hin? Also, erst mal nirgendswohin. Und das ist ja doof. Dann will ich da nicht. Nö. Ich geh hier unten lang. Unten ist immer gut. Oh. Hm. Ich muss hier durch. Obwohl, der kann ja nicht mehr zurückkommen. Also. Alle gut. So. Da ist noch ein bisschen Eisen. Ich habe... Mir fällt sogar da ein, ich habe alles eingeschmolzen. Schmolzen? Großer der Gold. Bitte. Das habe ich nicht noch in Tasche. So, was denn da? Da ist ein ganz großer Raum. Das könnte unser, äh, Ziel schon ein Stück näher bringen. Gut. Hier geht es nicht weiter. Ist jetzt ein bisschen, äh, schwierig. Habe ich mir anders vorgestellt. Na ja. Da ist Wasser. Nee. Nee. Muss jetzt nie sein. Ist mir zu nass. So, sag mal hier. Aber hier weiter denn auch schon. Äh. So, warte mal. Ich muss doch hier irgendwie... Hallo. Ich muss da rein. Ich sterbe an meiner eigenen Kompetenz. Inkompetenz. So. Stimmt. Ich bin hier irgendwo, glücklich mal runtergesprungen und da war ja ein tiefes Loch, ne? Oder? Ist das denn da? Ich könnte sein, ne? Naja. Dann können wir bloß nur hoffen, dass ich nicht die denselben Fehler mache. Oh, guck mal da. Da mit. Ich komme jetzt schon, äh, äh, hinterher. Wollte ich sagen. So, warte mal. Ich nehme mal ein bisschen Lebensenergie. Hat ja vorhin so gut funktioniert. Guck mal, das ist nochmal so ein Ding. Eine Sphäre. Ich will die Sphäre. Ich seh die unbedingt. Ein Schwert. Das hab ich noch gesehen. Ein Schwert, wenn ich sehe. Fünf plus. Total Damage. Fünf bis acht. Ja, wir machen aber kritischen Eins bis Sechse, denn Ausdauer zusätzlich und Lebensraub. Nee, unser Schwert ist besser. Erstmal. Hey. Böser, böser Batman. Das geht nicht weiter. Das ist ja blöd. So. Ab durch die Mitte. Okay. Ich nehme zurück. Das Ding ist ja nicht so schlecht. Aber wie... Ne, obwohl ich hab ja nie gesagt, dass das Ding nicht schlecht... Äh. Ich hab ja nie gesagt, dass das Ding schlecht ist. Also, ich hab das da auch nicht zum Rücknehmen. Das Einzige, wie gesagt, war ja mit den Blöcken. Ich war hier schon. Dieses Konstrukt, äh, ist nicht natürlich. Von diesem Fakkin auch nicht. War ich so weit, äh, links? Oh oh. Oh oh. Alter, 100% Schaden. Also, 100 Punkte, mein Dick. Ja. Ja. Das könnte ich nicht so oft machen, wa? Ich glaube, meine Ehe. Äh. Juhu. Kommen Sie runter. Hier. Hier ist so schön. Oh, Alter. Hier wären ja ein schönes Wille. Es regnet, blobs. Das Gute ist, ich kriege mit dem Schwert immer Wille, Ausdauer und Lebensenergie Wille. Wenn ich die Viecher verdrösche. Und das ist genau mein Ding. So, da. Warte. Hier kann ich nie gewesen sein. Ich übersehe doch keine Kristalle. Das würde ich doch nie tun. Hm. Nein, nein, nein. So, warte mal. Da hinten ist noch ein schöner Raum. Aber ich würde mal sagen, es sieht interessant aus für nächste Feuer. Na? Hehe. Gut. Also, ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen, Willa. Also, Tschüssi, Kofsky. Tschüssi. Tschüssi! Tschüssi! Untertitelung. BR 2018